Die Hannover Messe, Weltleitmesse der Industrie, hat heute begonnen. Auch für die Schäffler Gruppe ist es weltweit eine der wichtigsten Plattformen zur Präsentation ihrer Produkte und Systemlösungen. Auf der diesjährigen Hannover Messe zeigen wir unser umfangreiches Produktportfolio und wir haben das in drei große Themenbereiche gegliedert. Der erste Themenbereich ist die Welt der Produkte, wenn Sie so wollen. Der zweite Themenbereich ist die Welt der Anwendungen. Der dritte Themenbereich, dort dreht sich alles um das Thema Schäffler Smart Ecosystem. Das heißt, wie passen Produkte, Analytik und Service-Lösungen in einen Baukasten. Auf der Produktseite haben wir sehr umfassend eigentlich unser gesamtes Portfolio dargestellt. Vom Gen-C-Kugellager über Beschichtungslösungen, über die Lineartechnik, die Gleitlagertechnik. Im Prinzip das gesamte Portfolio mit allen Produkteigenschaften, vom kleinsten Lager bis zum großen Windlager. Wir haben dann auch sehr eindrucksvoll dargestellt unsere Komponenten in Kundenobjekten, in Anwendungen. Eine Traktorachse, eine Achseinheit, eine Robotergelenkeinheit. Im Aerospace zeigen wir eine Drive-Unit, ausgerüstet mit unseren Weltslagern. Also immer wenn Kunden zu uns kommen, haben wir sehr gut die Möglichkeit, quasi von ihrer Applikation auf die Produkte oder auch umgekehrt mit den Kunden dieses zu diskutieren. Neu das Thema Smart Ecosystem. Sehr gute Diskussion auch mit den Kunden zum Thema die Basis der Komponente. Dort auch nun erweitert um sensorisierte Komponenten und um Mechatronik. Unsere Torque-Messeinheiten kommen sehr gut an. Unser Sensor-Baukasten kommt sehr gut an. Auf die nächste Ebene gehend dann mit der Analytik und auf die dritte Ebene gehend mit den Services. Einige Fragen zum Thema Cloud, wie funktioniert das denn, wie funktionieren Sicherheiten, Dinge, die wir alle erwartet haben und in Summe sehr gute Diskussionen. Die Hannover-Messe steht unter dem Motto Creating Value. Das ist das, worum sich alles dreht und wir können das natürlich von der Komponente ausgehend bis zum Smart Ecosystem hin auch sehr schön herleiten, dass es am Ende des Tages darum geht, Kundennutzen zu stiften. Ich freue mich natürlich weiter auf Kundengespräche auf der Messe. Ich freue mich auch darauf, dann von unserer Mannschaft zu hören, wie diese Kundengespräche gelaufen sind und freue mich auch zu hören, wo denn jetzt unsere Leute wirklich sehen. Pass auf, da haben wir richtig hungrige Kunden gefunden und da haben wir auch klare Use Cases, wo wir gerade unsere neuen Produkte auch am Markt unterbringen. Der erste Tag ist noch etwas in der Anwärmphase. Das ist immer so auf der Hannover-Messe, der Montag. Wir sehen aber auch heute schon eine sehr gute Resonanz und wir sind sicher, dass das in den nächsten Tagen zunimmt. Dankeschön.